Moin, herzlich willkommen hier am Sonntagvormittag zur Ausgabe von Let's Play LS17 Nordphysische Marsch. Vierfach Map 1.8 ohne Graben. Ja, wir sind immer noch mitten in der Ernte. Die läuft ganz gut. Toi, toi, toi. Ich will hier nicht den Tag vom Abend loben. Was wir jetzt erstmal machen müssen, wir müssen hier unten, also ihr seht, die Gelduhr läuft hoch. Gott, was ist hier denn los? Hier landen die ganzen Pallet-Paletten. Okay, ja, die muss ich hier gleich erstmal alle aufpicken. Da muss ich hier gleich erstmal einen Transporter herschicken, der die alle abholt. Was ich machen muss, ist, ich muss diese beiden Fahrzeuge hier auftanken. Ich muss die mal eben zum Hof fahren und auftanken, weil ich habe hier unten noch kein Sprit. Bin ich mir recht sicher. Aber was ich machen werde, ist, ich werde den Überführungskurs nehmen. Und werde die, die da draufsetzen. Damit ich dann am Hof auftanken kann. Und dann werde ich mal hier die ganzen Paletten aus dem Feld holen. Oh, hoffentlich geht das gut. Eben einmal angucken. Ja, gut. Oh. Der hat seinen Länger ist ja mal ausgefahren. Warum geht das wieder nicht? Ach, Leute. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Dann fahre ich los. Oh. Oh. Hallo. Hallo. warum auch immer er jetzt leer abfährt interessiert mich jetzt eigentlich gar mal gar nicht ja sehr schön haben wir ja sehr gut angestellt bin ich erstmal reingefallen auch toll so wollte ich das ja ja okay komm das hat keinen sinn da müssen wir einfach mal so jetzt schon wieder irgendjemand im verkehr fest großartig hier ruckelt es ohne ende auch großartig naja wir kommen hier steckt hier im verkehr fest wow so 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 es geht so nicht das können wir nicht bringen wir können hier nicht tonnenweise Paletten auf welchen Feldern liegen haben das ist einfach schlicht und ergreifend kann ich eigentlich hier durchfahren so kann ich sein war wenn es eigentlich nicht so ganz so wir haben nämlich 4,9 millionen das heißt wir können uns leichter und noch ein feld kaufen das muss dann zwar noch gedüngt werden aber auch das sollten wir wohl hinkriegen doch irgendwo hier liegt eine palette das war eine kartoffelpalette jetzt fahr ich hier einmal quer durch die quer durchs feld weil ich habe hier ganz viele paletten liegen das war alles palette palette komischerweise das passiert immer beim beladen seltsam sehr seltsam sehr seltsam so ja kaufen wir uns das feld auch noch jetzt haben wir nur noch 200.000 auf dem konto das ist natürlich nicht viel ne das ist natürlich wirklich nicht viel sehr seltsam da ja und das ist So, fahren wir mal schön hier mit dem Johnny. Um das Feld da unten zu drücken. 217.000, so wenig Geld hatte ich schon lange nicht mehr, aber wird's nix. Jetzt hier, was ist das, ab 32 ist das, glaube ich, ne? So, weil hier ist es ja eigentlich vollkommen egal, wo ich anfange. Hauptsache, wer macht das? Feld 32, Startposition. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei 100% Wachstum überhaupt noch was bringt, wenn man düngt oder nicht, aber wir machen es jetzt einfach mal. Sehr schön. So, das war mal cool. Wieso geht das hier nicht? So. So. Ja, 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 ja. Zwei. Läuft doch. So. So, MB-Truck steckt schon wieder verkehrfest. Da, ja, 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 hat Transport beendet. dann machen wir jetzt mal mit gerste weiter auch wenn hier noch gar nicht so viel gerste ist ja nun nix muss ja auch laufen jetzt muss ich erst mal in den drescher rein muss mein schneidwerk abholen was ja hier noch irgendwo rum oxidiert es gibt aber ein überführungskurs auf runter Okay. That was my class and my case. Let's see what I'm going to find. So, liebe Freunde der Nacht, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Kommentar, Like, Abo. Hilft mir und kommt mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besuchen. Da kriegt ihr auch Informationen über Livestreams. Und dann schaut auch heute Nachmittag wieder rein. Und heute Nachmittag, wenn mich nicht alles täuscht, ist die 299. Folge. Katastrophe hier. Katastrophe. Ähm, ja. Müsste heute Nachmittag die 299. Folge sein. Schaut rein. Und bis denn. Ciao. 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 Ciao.